Das ist der Start von Mallorca Richtung Stuttgart, 15. Mai 2018. Das ist der Start von Mallorca Richtung Stuttgart. Das ist der Start von Mallorca Richtung Stuttgart. Wir sitzen genau über den Flügeln, nicht ganz, aber fast, kriegen das da hinten mit. Das ist der Start von Mallorca. Das ist der Start von Mallorca Richtung Stuttgart. Im Moment streiken die in Frankreich und wir hatten auch Verspätung über eine halbe Stunde. Und die herkommen am 12. auch, zwei Stunden sogar. Das ist eine unerfreuliche Art. Das ist ein Bad. So, jetzt halten wir nochmal. Da wird noch was gebaut dahin. Jetzt sind auch wirklich los hier. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Jetzt müssen wir noch ein bisschen fahren. Hier haben wir noch eine Umrundung. Hallo. Warte, 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 warte. Jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, jetzt. Jetzt geht's hoch. Jetzt fangen wir jetzt nochmal mit vorne an. hier hier auch hier 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 Jetzt muss ich sehen, was geht gleich los. So, das hast du noch. Okay. So, dann mach ich den Schuh dazu noch. Okay. So, jetzt noch fliegen. Oh, ja, fliegen. Und so. Oh, oh, oh. Wie schön, wir fliegen. Das ist ein schöner Strand, guck mal, richtig groß. Das ist Palma. Palma del Mallorca. Wir waren ja im Osten der Insel. Ja, da war es natürlich drüber. Ich glaube, noch wenig hier im Mai. Es war nicht besonders. Es war 22 Grad an einem Tag. Einmal ein solch gedonnert und gepletzt. Ein Tag. Und dann ist es, da fanden wir ja noch drei Tage. Okay. Ich bin mir aufgefallen, das Meer ist glücklich. Es ist blau. Da sieht man es hier von oben nicht so. Aber mit der Kamera vielleicht auch nicht so. Das war so schön. Weeeee. Es geht noch mal hier. Kippen, kippen. Auch ein bisschen. Wart ihr ja. înj Always. wenigstens. Wart ihr? Wart ihr? Wart ihr? Wart ihr? Ja, doch. Meine Damen und Herren, die bitten Sie noch so lange angeschnallt sind, so bleiben Sie das Anschnallbereich, wie wir Ihrem Sitz wieder ausgeschaltet wurde. Da bei jedem Flug unerwartete Turbulenzen auftreten können, empfehlen wir Ihnen Ihren Sitzkort stets geschlossen zu halten, wann immer Sie sich auf Ihrem Sitzplatz befinden. Wieder beachten Sie auch, dass das Aufsuchen unserer Toiletten und das Öffnen der Gewächsablagen über Ihrem Sitzhesten angestattet ist, wenn unser Kapitänian schon gleich wieder deaktiviert hat und öffnen Sie den Gewächsablagen vorsichtig, weil es am Gewäch herausfällt. Vielen Dank. Ja, eine gute Stimme, ne? Den versteht man aber auch Englisch. Jetzt die Lauda, die hat jetzt Rheiner über den Nachnamen hier vorne. Jetzt macht sie noch mal eine Kurve hier. Das ist natürlich durch die Lucke hier nicht so toll, die Aufnahme. Es geht über também auf. Jetzt geht es"... ... Es ist anders so flach, es ist anders wie Terrain. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwanz des Drachen. Ziemlich tief besiedelt, aber grau in grau. In Griechenland wäre jetzt alles schön weiß. Weiß in Gräunen. Hier ist es grau in Grau. Sieht ja nicht so schön aus. Ziemlich grau, hier ist gar nicht so ruhig, wenn du so schaust. Was? Für uns Gratis soll Palma sein. Das weiß ich auch nicht mehr. Ach so, der ist ja Schleswig. Der hat ja gekreist. Ja, da sieht man ja. Und noch die Flugbahn. Ja, ja. Da sind wir dann mit dem Transfer, mit dem Bus langgefahren hier quer rüber. Wir rüber in Osten. Nach Siljot. Es Siljot, genau. Es Siljot. Es Siljot. Es Siljot. Es Siljot. Es Siljot. Es ist ziemlich langweilig hier unten. Wir lachen wie eine Blunder. Wir fliegen jetzt so circa zwei Stunden, nicht ganz zwei Stunden. Wir haben ja in Stuttgart gefühlt. Wir haben ja in Stuttgart gefühlt. Wir sparen. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt gleich um unser Service auf Fließ und Flug nach Stuttgart informieren. Soweit wir uns in der Vorbereitung ganz geschlossen haben, beginnen wir mit uns an Fließkultur. Wir rieten hier heute gleich eines Terms und Barri-Banini sowie eine vielfältige Auswahl an Getränken an. In Kürze wird meine Kollegin zu Willen kommen, um Ihnen in unserer Welt oder Wünsche mir den Karten auszutaten. Wir haben ja direkt mit dem Abgrund der Aufwärmseite, der wir befinden. Damit müssen gleich hier bestellen, ob wir ein Banini bei ihr aufgeben. Sonsten Sie noch Fragen oder Wünsche haben Sie sich für ganze Licht und Sprechnis in der Ziele, Thailand. Willen wir achten Sie auf das für heute den Flug ausschließlich Ratschlag um und Euro akzeptieren? Wir wünschen noch einmal eine angenehme Aufenthalt bei uns am Ort. Nur Badzahlen, naja. Da hinten sieht man noch das Gebirge, das schließende Namen, dann kommen wir direkt zu mir. Wir hatten ein furchtbares Hotel. Da war die Terrasse aufge... die Grappeln aufgeplatzt, die Türen waren nicht dicht. Da war im Flur ein Licht, das leuchtete durch die Ritze rein, die ganze Nacht wie ein Laser. Ich hatte ja noch eine Brille dabei, so eine Schlafbrille, Gott sei Dank. Ich wünsche das einigermaßen, aber ich habe ganz schlecht geschlafen. Da war ein winzig kleines Bahn, winzig... winziges Bett. Sieht schön aus da hinten. Ja, das weiss ich nicht, das müsste jetzt Osten sein. Ich bin das erste Mal hier in dem Bereich von Mallorca. Nichts ergriffen, aber Strändler hat es ja genommen. Jetzt habe ich gleich keine Batterie mehr. Ja, jetzt geht das aus. Ja, das war es schon. Hier ist das Ende. Ende. Also da müssten wir hier unten gewesen sein. Hier müsste... Ja, in Bromad. In Bromad. Ja, in Bromad. Hier ist es noch ein bisschen zu laufen. Das war eigentlich sehr schön. Ein kleiner Dschungel, aber niedriger Buschwerk. Wie ist Landschaft? Ja, das war es. 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 Ja, das war es.